östersund ist natürlich meistens so der erste ort wo es losgeht und ich freue mich immer auf östersund mir gefällt es dort ist ein bisschen dunkel im dezember aber sonst eigentlich ganz nett man kommt noch mal in die stadt und kann auch mal was anderes sehen ich denke mal dass man von mir auch nicht mehr erwarten kann wie bisher nur weil die anderen drei jetzt weg sind und ich jetzt den jahre aufgaben mit übernehmen soll ich kann mich nicht verteilen in vier teile und dann für jeden laufen und ich denke mal deswegen wird jeder noch das gleiche von mir erwarten was auch die anderen denken was ich zu leisten imstande wäre ich setze mich natürlich wieder das ziel zur weltmeisterschaft zu fahren und mit einer medaille wieder nach hause zu kommen und naja bis dahin ist noch ein weiter weg diesmal im märz